Das Jahr 96 fing gleich gut an, eine neue Band aus Florida. Die Backstreet Boys landeten mit ihrer ersten Single einen Riesenhit und überzeugten auf Live das Publikum. Sie betrachten uns selbst nicht so sehr als Boy Group. Wir würden uns eher als Vocal Harmony Gruppe einordnen. Aber wenn ihr B, Peter, und Reguliert habt... Ich musste dabei einiges aushalten. Ich musste die ganze Zeit draußen warten, während die anderen im warmen Auto saßen. Und ich musste es ganz schön lange draußen aushalten. In den Tausend habe ich immer eine warme Jacke und ein paar Handschuhe bekommen. Die haben mich gut warm gehalten. Was den Dreh so besonders machte, war, dass wir alles auf Deutsch sagen mussten. Das war gar nicht so einfach für uns. Es hat alles eine Zeit gebraucht, bis wir es im Kasten hatten. Im ersten Werbespot fordern AJ, Howie, D., Nick und Kevin ihre Fans auf, Brian auf seinem Skoll zum Geburtstag zu gratulieren. Im zweiten Clip lassen Sie sich von Ihren weiblichen Fans mit Komplimenten verwöhnen. Ihr seid jung. Yes, we are. Ihr seid so süß. Thank you. Let's pray again. Ihr seid so erfolgreich. Thanks to our fan. Wir mussten den Spot über 50 Mal drehen. Mal hatte der eine ein Wort verwechselt, der nächste hatte dann den Text vergessen. Und mal stimmte das Timing nicht. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Zum Abschluss signierten die fünf Sunnyboy-Funze. Das war die Nummer vier. Aber wenn ihr B, Peter und Regen lehrt habt. Peter und Regen! You're right! Wir haben ein Schwarz! Nein, wir haben Schwarz! Und wir haben ein Lieblings.